Willkommen in Frankfurt, willkommen auf der ISH, willkommen in der World of Sustainability von Caldewey. In diesem Jahr haben wir eine Menge Highlights, die wir mit Ihnen teilen möchten. Begleiten Sie mich und meine Kollegen auf der Reise durch unsere Innovation. Eines unserer Schwerpunktthemen der diesjährigen ISH ist das Bodenebene Duschen. Nach der erfolgreichen Einführung der Superplan Zero vor ca. anderthalb Jahren haben wir uns diesmal der Superplan unserem Klassiker gewidmet und selbige Runde erneuert. Scharfkantiges Design, Bodenebene Eintritt von zwei Seiten, das bei einer Aufbauhöhe von maximal 2,5 Zentimeter über alle Abmaße hier weg, machen das Produkt besonders attraktiv. Alle Einbaumöglichkeiten, die Sie von der klassischen Superplan kennen, haben wir natürlich auch hier wieder realisiert. Das macht das Montieren bei diesem Produkt besonders einfach. Darüber hinaus haben wir auch unsere Kayono Plan mit elf weiteren Maßen bestückt und sind somit noch flexibler im Einsatz des Produkts. Wir sind der Experte für den Duschbereich und erweitern unser Produktsortiment in diesem Jahr um die ganz neue Produktkategorie Caldewall Flow. Mit Caldewall Flow bieten wir zukünftig hochwertige Design Duschprofile an, die hygienisch, funktional und ein absoluter Blickfang im Bad sind. Wir bieten insgesamt drei verschiedene Produktlösungen an, die alle von dem Designstudio Eislinger in Berlin entworfen wurden. Die erste Produktlösung ist Caldewall Flowline Zero, unsere Edelstaltprodukte, die es in fünf verschiedenen Farben und drei verschiedenen Längen gibt. Das ganz besondere Highlight an diesem Produkt ist der Caldewall Click & Clean Öffnungsmechanismus, der eine ganz einfache und schnelle Reinigung ermöglicht. Die zweite Option ist Caldewall Flowline Crystal, unser Duschprofil komplett gefährlich aus Sicherheitsglas und das absolute Highlight der Caldewall Flowline Collection. Und die dritte Produktlösung ist Caldewall Flowline Heat Recovery, unser Duschprofil mit einer integrierten Wärmerückgewinnung, mit der Sie zukünftig beim Duschen Energie einsparen können. Dies Produkt bieten wir ebenfalls fünf attraktiven Designs ab. Hier in Frankfurt haben wir den Messestand analog unserer Leitlinien bei Caldewall konzeptionell geplant und umgesetzt. Unsere Leitlinien sind ja Premium Produkte mit einem nachhaltigen Mehrwert auszustatten. Das haben wir auch hier gemacht und geben damit den Produkten von Caldewall eine ideale Stage, um zu wirken. Das Thema Individualisierung gewinnt zunehmend an Bedeutung und wir bieten Ihnen für spezielle Kundenwünsche das perfekte Produkt. Sichtbare Teile des Wirr-Systems, Badewannengriffe sowie auch unsere Ab- und Überlaufgarnitur Comfort Level sind ab sofort in Farbe passend zur Badewanne erhältlich. Zudem möchten wir Ihnen unsere neue rutschhemmende unsichtbare Oberfläche Invisible Grip vorstellen. Hier in Frankfurt haben wir im Jahr 2015 erstmalig die Produktkategorie Caldewall Waschtische vorgestellt. Unser Portfolio hat sich seitdem zunehmend erweitert und auch hier greifen wir das Thema Individualisierung auf. Lassen Sie sich im Rahmen unserer Designstudie von unseren neuen Exklusivfarben und Dekoren begeistern. Caldewall Meisterstücke stehen für Manufaktur in höchster Qualität. Heute dürfen wir Ihnen unseren Neuzugang Meisterstück Oyo Du, designt bei Stefan Dietz, vorstellen. Diese freistehende Badewanne in harmonischer Egg-Shape-Vormgebung aus Stade Meil steht Ihnen in zwei Abmessungen und neben der Farbe Alpin Weiß in weiteren acht modernen Mattfarben aus unserer Coordinated Colors Collection zur Verfügung. Was eine aufregende Reise. Toll, dass Sie uns begleitet haben. Wenn Sie weitere Informationen zu unseren neuen Produkten wünschen, dann sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.